Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück auf den Kanal der CaptainShift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch Recher. Jetzt ist es zu The Magic Circle. The Circle of Magic. The Life Circle of Magic of Time. Hier auf dem Kanal der CaptainShift. Und ich werde jetzt... Hab jetzt gerade diese Voicemail neu holt. Man kann jetzt eigentlich per Mausklick eigentlich wieder zurück, oder? Eigentlich sollte ja... ... in nichts mehr großartig kommen. Das ist nicht der Plan. Die Fans müssen die Wahrheit sehen. Niemand hat die alten Sci-Fi-Version zurückgebracht und jetzt wissen wir. Es war fertig und ihr beide verabschiedet. Isch cut multiplayer! Ich wollte mein Name auf. Plus, Coda, das war schon seit Jahren. Fokus auf dem Demo. Du hast mich verabschiedet gegeben, um die Fans zu verabschieden. Jetzt mache ich seinen Avatar-Mortal. Ich töne Starfather, die Leute lachen bei Isch, und am Ende, er wird mich verabschiedet. Nein. Maze Evelyn, du bist aus der Fan-Kommunität, aber du hast uns vergessen. Und bevor wir dich verabschieden, du wirst uns verabschieden. Verabschiede deine Mail. Wie effektiv, all Lightness schreibt. Isch schickte mein Brand over zu dir? Ich habe noch nie gefragt, warum. Wir sind dein einzig Weg raus. Nachdem das fertig ist, haben wir eine neue Demo-Plan für dich. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie in deinem Raum und denken, was du getan hast. Wir lieben dich noch, wir haben nur noch erwartet. Du hast meine Welt zurückgebracht und hast den Bastard in, Boss. Aber sie benutzt Verabschieden. Also diese alten Wurrly-Birde da hinten werden, wie ihre Körperwärter. Jetzt braucht ihr einen Plan, um alle drei zu tun. Ich weiß sicher, dass du noch nicht die Teile brauchst, die du noch brauchst. Das könnte lange dauern. Geh sie finden. Ich weiß nicht, wenn ich durch diese Tür komme. Ich will ein Möglichkeit geben. Ich bin dieser Roboter da mal reingekommen. Der kam doch immer hier durch. Er lockt. Ich will da auch rein. Keine Ahnung, wie er durchkommt. Und ob ich irgendwas anders mache. Und ob ich irgendwas anders mache. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin zu doof dafür. Aber keine Angst. Irgendwie kriegen wir es schon irgendwie nicht. Ach, aus Holz. Da ist noch ein Ritz. Da können wir uns hin teleportieren. Hier oben macht Blödsinn. This way, this way, this way. Ja, klar. Mach ich. Erik, ich habe deinen Hinweis in Sachen Tester. Ich habe deinen Hinweis in Sachen Tester, die ja festhängen und nicht wissen, wie sie wieder runter kommen sollen, erhalten. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Lösung genau die Klarheit bietet, die dir ja so wichtig ist. Aber ich schwere dich nicht, wenn es ein bisschen selten wird, wenn man etwas genauer hinschaut. Vielleicht... Äh, der andere halt. Escape vielleicht... Escape vielleicht wusstest du noch nicht. Aber die Spieler ist... Aber der Spieler ist nicht dein Feind. Ich übrigens auch nicht. Entschuldige Erik, ich weiß, dass das hier nicht fair... Das... Das nicht fair ist. Das endlose... Gelatsche gibt mir mich die auf den Zeiger. Ich ändere da bald was, sobald ich ein bisschen durchatmen kann. Kein Problem. Natürlich hast du... Ich habe da jetzt eine echte Klarheit. Aber vergiss nicht wieder, was immer du auch tust. Schon okay. Dann bleibt es halt. Ich vielleicht nicht. Haha, okay. Ja, die waren es ja eilig. Jetzt ist es ja jetzt. Ja, das ist uns klar. Dankeschön. Danke für den dezenten Hinweis, wo wir lang... Alter, meine ganze... Wächst der richtig? Ja, mir hier. Das ist möglich. Kann ich dir noch irgendwas geben? Ne, ich habe mir jetzt zum Angreifen. Was ist denn Blitz da? Guck mal, was ist denn da unten? Da bewegt sich was. Da bewegt sich mehrere Dinge. Hier sind doch mehrere Dinge, die ich aufrufen kann. Guck mal, was das ist. Die ganze... Oh, hier habe ich eine ganze Station erschaffen. Ach du Scheiße. Warum? Ich gehe mal da unten rein und gucke mal, was da abgeht. Ja, schon wieder nicht. Schon wieder komme ich ja nicht rein. Das ist doch blöd. Mann. Juck, was willst du denn verändern? Kann ich dich bearbeiten? Was machst du denn? Reicht dich Stofftiere. Mit Kuh schaltest du alles verfügbare Bündeln durch, auch wenn sie tot sind. Schoßtiere, aha. Okay. Boden. Belegt sich um Boden. Ja. Das war halt neben dem Trick. Vielen Dank. Das ist keine Gefahr für mich. Aber ich brauche deine Fähigkeit auf den Boden gehen zu können. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Verstehst du das nicht? Das ist mir doch wichtig. Ich brauche dich. Dich und deine Fähigkeiten. Auf den Boden gehen zu können. Ich glaube aber, es geht da lang. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht da lang. Ja, ich gucke erstmal noch ein bisschen rum hier. Mal gucken, was hier noch so rum ist. Ich habe dir gesagt, das Sci-Fi-Stofe ist komplett irrelevant zu der Demo. Es war nicht ich, Herr, wirklich. Nur eine Art Glitch. Mit großem dramatischen Zeitpunkt. Ich verstehe. Wow. Du kannst sie wie reale Kinder teachen. Die Tech-team hat gesagt, nein. Das ist dein Baby. Tech wird die Fake-Demo-Version als Herausforderung nehmen. Du wißt du? Ja, verdammt! Wie kann die Demo sein, wie kann die Demo sein, was anderes? Die Leute müssen ein Kind in unsere Welt sehen, und es lieben, wie ich es mache. Für die Zukunft, wie ich es mache. Was habe ich gesagt, am Ende des Text-Adventures? Bei der Zeit, wie wir unsere Vergangenheit verstehen, ist es zu late, um es zu ändern. Durch Gruppendenk-denk gesperrt. Ach so. Okay. Und was zieht da die Stein, und ich kann da nicht machen gehen. Ich bin tot! Nein! Das waren zu viele! Das waren zu viele! Wenn etwas hier umgekehrt, selbst du, das Leben endet in den Kräften. Du willst einen Geist zurückbringen? Du musst ihm etwas Leben geben. Und je größer es ist, je mehr es dir kostet. Just wie das Zirkel. Punkt ist, Boss, wenn es zu tun wird, dann wird es verletzen. Oh Mann ey! Ich bin voll erwischt. Ich bin voll erwischt ey! Ihr schafft sie! Viele sind es nicht mehr. Ich glaube es sind nicht mehr viele, aber irgendwas. Ich glaube wir haben es gleich. Viele können es nicht mehr sagen. Ja, das stimmt jetzt hier für einen komischen Scheiß. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Irgendwo zieht sie nicht. Das zieht irgendwo hin. Irgendwas zieht hier. Das zieht die Viecher. Und was ist da? Irgendwas ist da. Dass ich die davon abholt, dass ich die nutzen kann. Siehst du da? Und was zieht da rein? Okay, ich weiß jetzt nicht, wer die Königin justiert hat, aber ihre Nahkampfreichweite ist viel länger als das Schwert des Spielers. Und sie greift so schnell an, dass man überhaupt nicht herankommen. Sogar Mace konnte keinen Schritt an sie heran, ohne sofort ins Gras zu beißen, weil ihr Schaden viel zu hoch eingeschüttelt hat. Da kommt dann kein Mensch weiter. Sofort in Ordnung. Und vielleicht testet das neue Einstellungen demnächst einfach mal ohne Cheeks, Jim. Okay, die Königin ist anscheinend im Bar. Oder so. Ach du Scheiße, ob ich das hier sehe. Das ist ja riesig. Du bist Vieh. Ach du Kacke, 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 Kacke. Was mache ich jetzt? Versuche ich es? Ich muss es ja eigentlich versuchen, oder? Ich kann erstmal nochmal kurz hier rumgucken, ob hier noch was ist. Vielleicht hilft mir irgendwas. Was mir helfen kann. Oder auch nicht. Nee. Seid gut, Leute. Irgendwer. Ja, okay. Ähm. Let's try it again. Tacos R. So, noch was. Gleichi. Gleichboy. Hm. Hä? Kann die nicht, äh, scannen, weil ich brauch den... Ich brauch die Dings dafür. Muss die Königin töten, sonst komm ich ja nicht ran. Hier geht's schon mal weiter, das ist schon mal gut. Wahrscheinlich finde ich hier irgendwelche Gegenstände, wo die ich dann brauche, um, äh, irgendeinen von denen niederzureißen, oder? Da ist schon mal irgendwas, was ich, äh, erschaffen kann. Well? Read my script. Thoughts? It's a little... Safe. In Act 3, when Starfather returns from the dead, it feels cheap because nothing has changed. Respectfully, we've already solved this in fanfic. Oh. That's a porn thing, isn't it? And I, I... I don't go in for that kind of... Starfather should come back as a woman. For he hath known the shape of man and woman both. Here works. This is... Surreal. You people know my world better than I do. And if you run into a story problem, I can start a forum argument about it. They won't even know they're working for you. Starfather. Tell me more about your dark art, my child. Oh God, ey. Was bist du eigentlich? Was bist du eigentlich? Ein Stein? Hm, die da oben ist ja ganz schön am tun und machen. Wahrscheinlich muss ich sie als erstes niederringen. Na ja, gut. Dann werden wir es versuchen. Dann werden wir versuchen unsere... Laichbäu noch ein bisschen zu... So. Den hab ich nicht. Der Fuß ist versuchen mit dem, was wir haben, klar zu kommen. Na, schauen wir mal. Und versuchen die Könige zu töten. Das wird ein Spaß. Das wird... Das wird gigantisch, Leute. Äh... Ich bin ja noch nicht sicher, ob ich diesen kriege. Sehr große Können nicht eingefangen werden. Das ist sehr schön. Schnappt ihr euch jungs. Los. Äh, nu. Aua. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey. Da passt ihr dir gar nichts. Wie soll ich das schaffen? Da... Da komm ich ja nicht mehr ran. Das ist die... Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Sieht den irre? Die haben ja gar nichts geschafft gerade. Ach die jetzt. Nee, das wird glaube ich nicht... Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Also jetzt wird das noch nichts. Dafür entweder sind die Kreatonie stark genug oder... Hm. Wie war das jetzt noch nichts? Das ist... Die sind ja sofort umgefallen. Die war ja viel zu imbar. Vielleicht muss ich die noch ändern. Vielleicht muss ich die irgendwie umschreiben. Wenn ich das irgendwo mal kann. Dem versteht sie natürlich. So, hier geht's schon mal nicht großartig weiter. Naja. So. Doggyback. Zurück. Die Pilzi fehlt noch. Pilzinator. Pilzinator. Da ist er. Sehr schön. So. Na denn. Ja. Da würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Tja. Obwohl ich erstmal lieber die Folge beenden würde. Also liebe Leute. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin der Käpt'n. Meld mich ab. Ciao.